Einen wunder, wunder, wunderschönen, ja wundertoll, dass auch der Bot Bock hat, anscheinend nicht. Wie geht's euch allen? Wer ist denn alle schon da? Ich sehe Dennis, ich sehe AB, ich sehe Gunshooter, Sabini, hi, wie geht's, Bayern Betze, Gettkarte ohne Kai ist auch da, wer ist denn noch da, Wolfsblut, Rot-Weiß, Bayern Betze habe ich gesagt, Lambo habe ich gesehen, Servus, wie war euer Wochenende bisher? Lambo, wie geht's, hi, was soll ich euch sagen, mein Video zum Heimspiel gegen Pauli, das wir am besten auch wieder vergessen, Audi, Heizer, Easy, Easy, wie geht's dir, hi, Lambo, mir geht's, schlechte Menschen geht's immer gut, weißt du doch. So, wo war ich hängengeblieben, ja genau, also das Video zum letzten Heimspiel ist jetzt gerade eben erst fertig geworden, Falli, was geht denn, wie geht's deiner Frau, ja, ich werde es jetzt parallel gleich bei YouTube hochladen, auf die Hoffnung, dass es jetzt noch genug Leute sehen, weil eigentlich sollte es ein Ankündigungsvideo zu diesem Stream hier sein. Okay. Ja, wie das halt so läuft, super gut, egal, ich bin gerade raus, aber erzählt mal, wie war denn euer Sommerloch, für mich war das ja ein richtiges Sommerloch, das war eine total besch***te Zeit für mich, so ohne FCK, ohne euch, schrecklich, hier auf Twitch, mit euch allen zusammen, auf einem Haufen, let's go, Schalke ist online, Sascha Pfalz, Servus, hi, schön dich hier zu sehen, hast den Marc mitgebracht, ihr seht, Partie ist schon angelegt, ihr seht auch meinen Tipp, also, ich hab 2-2 getippt, Kollegen, ich hoffe, dass es bei einem 2-2 bleibt, beziehungsweise, dass es zu einem 2-2 kommt, weil, ja, Schalke ist jetzt kein leichter Gegner, wird schmutzig, ja, schmutzig, das glaube ich sowieso, denke, es gibt eine Packung, oh, Dennis, Dennis, bitte nicht, Beut auf der Bank, ja, das dachte ich mir schon fast, ne, hab mir hier meine, meine Elf zusammen geschustert, das ist jetzt mein Senf, FCS, danke für dein Follow, vielen, vielen lieben Dank, was habt denn ihr denn für Ideen, geht ihr da mit, mit meiner Aufstellung, wie seht ihr das Ganze, ich hab das ja früher, hab ich das ja immer gemacht, mit der Aufstellung, und hab das dann immer von Hand, da ins OBS direkt rein, wollte ich eigentlich wieder machen, und dann dachte ich mir, Alter, warum bist du, warum, 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 geh einfach auf Transfermarkt.de, meine Traumelf, fertig, ist schon gut, die Aufstellung, so, ich hab aber jetzt auch noch ein Abo zu verschenken, und zwar hat ja, der Dennis, der Omniscient, letzte Saison, den dritten Platz gemacht, Wozniak, wie geht es dir, so, warte mal, ich muss mir hier ein Abo verschenken, so, und hiermit, wer dein erster Monat, Dennis, erlöst, es folgen noch fünf weitere, Wozniak müssen wir noch treffen, dass ich ihm das Trikot übergeben darf, er wollte es ja unbedingt persönlich haben, apropos Tipp-Away, ich hab mir gedacht, wir lassen es einfach so, weil ich denke, das neue Trikot der nächsten Saison, das möchte jeder haben, ich würde sagen, wir machen es einfach weiter so, so hab ich das auch schon auf der Webseite, alles fertig gemacht, kämpfen, 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 richtig tippen vor allem, Dann gehen wir jetzt mal aufs Tipp-Away ein, und ihr knallt mir jetzt mal rein, was ihr tippt, die Regeln kennt ihr, Amateure, ich hab gehofft, ihr kriegt das alle mit, ich hab getwittert, ich hab ge-instagrammt, ich hab ge-facebookt, ich hab ge-allest, ich hab sieben Tipps, 20 Zuschauer, ja, 19 Zuschauer, sieben Tipps, Leute, da stimmt was nicht, da geht nur ein bisschen was, Don Juliano, danke für 25 Spiris, was geht denn ab, Bruder? Julian, wie geht's dir? Schön, dich hier mal ins Film zu sehen, möchten sie auch mit tippen? Bevor es jetzt hier dann losgeht, ich möchte euch nur noch mitteilen, von wem das Ganze hier ermöglicht wird mit dem Tipp-Away, und zwar, das ist die Sandsee-Bar in Mechtersheim, die tut es das Tipp-Away unterstützen, finanziell, und zwar, immer wenn die Sonne auf ist, und es nicht gerade wie jetzt so ein mieses Wetter ist, könnt ihr da mal gerne vorbeischauen, am Badesee in Mechtersheim, das sind auch sehr coole Partys, direkt am See, die Sonne ist wirklich perfekt, also, der Sonnenuntergang geht da runter, das ist mega, einfach nur mega, 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 und da geht ein herzliches Dankeschön raus, gibt's auch Essen, und nicht irgendwie nur Fast Food und Snacks und so ein Kram, sondern, die haben eine Küche und so weiter, da gibt's richtig gute Sachen, und da seht ihr dann halt auch, wie das aussieht, ne, wenn die Sonne mal scheint, mega geil, wenn's dann, äh, 20 Uhr wird, sieht es so, wirklich genau so aus, also, Leute, geht da vorbei, gönnt euch, und genießt mal einen coolen Abend dort, ist in der Nähe von Speyer, dann würde ich sagen, drei Minuten haben wir noch, let's go, okay, let's go, wer hat noch nicht getippt, und wer möchte noch, und hallo geht an meinen Sohn zurück, Dreierkette, Tom, ja, Kraus, Elwidi, Raschl und, äh, Nihus auf der 6, Puchatz links, rechts Zimmer, okay, okay, Ritter auf der 10, Redondo und Ache, Doppelsturm, Feuer! Bam, 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 okay, let's go, Ja, komm, bleib dran, genau, bleib dran, Elwidi, genau, IMC, was geht denn ab, und warum buchst du hier bei mir? Ich hoffe, dir geht's gut, Pudi. Ach, hör doch auf, ey, guck doch mal, wie die Handschuhe vorher hochgehen. Ja, war doch klar, war doch klar, ach, es ist doch nicht wo, egal, komm, Mund abputzen, weiter geht's, es ist Schalke, dass die ein Tor schießen, war mir klar, er war dran mit der Brust, ja, aber, Uuuuh, Kral, nein, Uuuuh, Kral, Uuuuh, Uuuuh, ja, aber was will er da machen? Nein, der kann ja gar nichts mehr machen, aber der, sicher, dass der nur mit der Brust an dem Ball war? Nee, ich sag, in der Wiederholung, wo er zu der Kamera gerannt ist, war er doch mit der Hand dran. Oh, Lauter, jetzt wird drei Tore auf, mein Typ, auf geht's. Uuuuh, Uuuuh, der hat keinen Bock mehr, der will da, Rudi. Wir warten bis zur 80. und dann geht's ab, dass wir da heute nichts holen, das war mir aber auch klar, ne, aber dass das dann so mit zwei roten Karten ey, ihr spielt, dauert 90 Minuten. Alter, Vater, ey, zwei rote Karten. Gib Vollgas, alles nach vorne. Du hast da Kontakt. Ja. 3-0. Alles klar. Lass mich. Was willst du machen? Da machst du gar nichts, guckst nur zu. Ein paar Minuten, Instagram, Litz-Mark, rein da. So, und wir raten jetzt schnell rüber zum J, in der Zeit. ganzen Tag, du machst. atom, Coron ρι además arm, infinity, ton mit Полi. In imperialism, 武器, fundraiser, cast, flay, 萬 montan, Comics, Bis zum nächsten Mal.